Guten Abend, wir sind wieder da in Hazard Ops. Mit mir dabei ist der liebe Kyle. Ja, wir spielen hier gerade ganz alleine gegeneinander. Er mit einer OP-Waffe, ich immer noch mit meinem lächerlichen Ska. Ich habe keine OP-Waffe, das ist ein Standard-Sniper. What? Von wo? Ach, von da. Was? Ich bin da gar nicht, bin ich da. Warte mal, ich muss noch schnell Waffe wechseln. Okay, ich kann weitergehen. Ich hasse dich. Immer auf dich, Schwarz. Nee, immer auf dich. So, wo bist du? Wo ist denn dein Spawn? Kannst du das mal sagen? Oh. Hier. Nein, 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 ich schaffe es weg. Nein, 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 nein. Schlitz. Wow, total super animiert. Ja, Mann. Mein Messer geht durch ein paar Texturen. Krasses Scheiße. So, ich warte auf dich auf dem Dach. Warte, ist das Spiel jetzt eigentlich in HD? Ich hatte das letztens, ja, außer sie nicht in HD, ja, alles klar, ist es halt gut. Ähm. Glaube ich. Bis, gehst du mal bitte aufs gegnerische Dach, weil sonst, ja, weil ich warte auf dich. Nee. Ich geh nicht aufs, genau deswegen geh ich nicht aufs gegnerische Dach, wäre auch dämlich. Alter, wieso rollst du dich da weg? Du sollst dich nicht da wegrollen. Wunder. Oh mein, auf Shift kann man doch rennen. Ja. Sehr gut. Ähm, ich versuche dich gerade zu taggen mit Q. Das funktioniert nicht so gut. Mit Q? Ja, mit Q. Battlefield-Steuerung. Achso. Ja. Alter, wo bist du hin? Sag mal, tust du mich gerade heimlich stalken, oder was? Oh, ich hab da was explodieren gesehen. Ich seh, genau, das ist gut. Hm. Alter. Du kriegst mich nicht tot. Vergiss es. Ich bin einfach besser als du. Sieh's ein. Wenn du hinter einer Mauer kämpfst, feilstück Scheiße. Tschö. Ich mach nicht mal... Was machst du? Du weißt schon, dass ich hier spawnen? Ja, warte mal kurz. Okay. Wenn wir deine Akutte hast, angucken. Das waren hier. Fand ich so cool. Dein Ernst? Guck mal. Lass mich hinruhen. Wie schön er kriechen kann. Okay, Spaß. Okay, soll ich jetzt mal gleich ernst spielen? Ja, mach doch. Okay. Ich hab gedacht, ich bin schon ernst. Äh, als ob ich ernst spielen würde. Okay. Sehr gut. Ich hab nur nicht angefangen. Ja, das war mir klar. Das war mir klar. Ja, ich nehme mal die Bazooka. Wo bist du denn? Oh, du bist hinten. Ja, Treffen muss gelernt sein. Das nächste Mal klappt es. Ja, ganz sicher. Ja, ganz sicher. Oh mein Gott. Diese Karte ist auch relativ klein, oder? Habe ich extra von eins gegen eins ausgewählt. Wo bist du hin? Du findest mich nicht, du findest mich nicht. Sprint doch, du komische Schabracke. Nein, du triffst dich nicht. Ich hab dich doch getroffen. Nein, du hast dich nicht ein Stück getroffen. Komm doch raus, wenn... Okay, dann halt nicht. Warte mal, kann ich hier durchschießen? Komm, du doch runter. Ich werd dir nix tun. Okay, da ist es schon mal nix. Wie viel weiter dein Volk hat? Komm doch. Ja, ich warte heute auf dich. Sehr geil. Los, komm doch. Komm noch. Mach doch. Fuck. Da krieg ich doch, da krieg ich doch einer. Oh, ist das niedlich. Geht's dir nicht gut? Ey, du hast einen Kopf in den Gittern, das sieht nicht gesund aus. Ja. Dankeschön. Ich hatte gerade meinen ganzen Körper in den Gittern. Das sah auch nicht gesund aus. Du bist mein Lieblingsarzt und wirst es immer bleiben. Na los, komm mir wieder runter. Ich warte auf dich. Ja. Nicht sehr effektiv. So. Warte mal. Ich hab mich vergessen, den Baseball-Schläger wieder mit einzupacken. Kuckuck. 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 Sag mal, sagt man, sieht man, sieht man, dass ich jetzt spame. Ja, sicher. Warte mal. So. Mal gucken, ob ich zum Komm. Ja, ich schieße immer geschützt gegen die Wand. Das mach ich sehr gut. Oh. Bad Shot. Okay. Nein, du spielst überhaupt nicht mit OP-Waffen. Das ist ne Anfangs-Sniper. Anfangs-OP-Waffe. Alles klar. Ja. Verstanden. Na los, stehst du da immer noch hinter. Nein. Ich auch nicht. Ich stehe da nicht auf. Ey, stehst du da noch hinter. Ne. Ne. Trau dich doch raus, ich seh doch deine Waffe. Okay, dann halt nicht. Siehst du gar nicht. Was ich halt gehe hier. Oh. Oh, hallo. Tag. Oh. Ja. Hat mich überhaupt nicht getroffen. Aber mich. Ich bin jetzt so traurig. Wo bist du? Ach, Tag. What the... Ach, du schoß. Messeramt. Fuck. Ja. Nein. Oh, shit. Wird dich doch verarschen. Ich hab's drauf. Ja. Alter, ich brauch unbedingt meine Schrot. Ich hätte sie noch. Ich brauch' ne Schrot. Aber ne Schrotfläten 1 gegen 1 ist ja noch unfairer. Ich brauch' ne Schrot. Schrot ist immer cool. Ja, wenn du einfach... Wenn ich's... Oh, Mann, ey. Das kann jetzt... Oh, nicht dein Ernst sein. Doch. Ich wollte mal vorbeischauen. Und danke für die Munition. Kein Problem, kein Problem. Oh, Gott. Ich find die Karte ist einfach... Oh, ich schlug gerade so weh. Ähm, alles klar. Ich find die Karte hier ein bisschen zu groß. Die ist doch nicht zu groß. Die ist mini-klein. Ironie. 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 Was meinst du mit Ironie? Na, Ironie. Achso. Sag das... Was meinst du denn mit Ironie? Na, Ironie. Sag mal... Alter, wo bist du? Und sag jetzt bloß nicht hinter dir. Behind you. What the fuck, Bo? Viel Spaß. Wo bist du? Wo bist du? Die Frage ist, wo bist du? Ne, wo bist du? Ich such dich gerade an einem Spawn. Und du? Ich dich auch. An einem Spawn. Ja, jetzt bin ich da gerade nicht mehr. Weil ich bin dann gerade weggegangen. Weil ich dachte, du bist bei meinem Spawn. Und das... Genau. Einfach mal so... Eine Raketenkugel auf mich schießen. Manieren haben sie dir auch nicht beigebracht, oder? Nein, haben sie nicht. Sollten sie? Ja, sollten sie. Oh, shit. Ich fühl mich immer... Nicht gut geworfen. Nicht gut geworfen. Guck mal da. Jetzt lauf ich da hin. Jetzt kannst du reinwerfen. Okay. Achso, aber nicht. Vielleicht. Ich hab ja keine mehr. Komm doch. Okay. Ich bin... Ich bin doch schon da. Wo bist du? Oh, nein. Ich bin jetzt... Oh, Tag. Ja. Das war gezielt. Mein Junge. Guck mal. Oh, ja. Warte mal. Mal gucken, was das da macht. Konntest du mich eine Zeit lang nicht mehr bewegen? Nein, ich kann einfach super laufen. So, kannst du jetzt mal kurz auf dem Dach stehen bleiben? Klar. So, stehen bleiben. Du darfst dich schon eine Deckung suchen und so und so, ne? Aber... Warte mal. Ich wechsle gerade meine Ska gegen eine Ska. Okay. Ich hab gedacht, das wäre dein Snapper. Das ist nicht mein Snapper. Komm doch raus. Ach, shit. Das nennt man Reaktionsteil. Zeit. Ne, du wusstest einfach nur, wo ich auftauche. Ja, stimmt. Ja, ich bin noch ein bisschen krank, wie ihr vielleicht merkt und... Im Kopf? Ja, das auch, aber... Immer noch? Nein. Also, der Arzt hat gesagt, es wird besser, aber... Naja. Wo bist du? Ähm, ich beschütze deinen Spawnpunkt. Okay. Dann beschütze ich jetzt mal deinen. Sehr gut. Ich mein, setzend auf, ich bin grad wirklich bei deinem Scheiß Spawnpunkt. Ich seh's. Oder... Ähm, bis zu welcher Minute dürfen eigentlich die Videos gehen von dir? Äh, stimmt, wie lang geht das eigentlich jetzt schon? Hm, mein Göttchen. Ich muss dich ja auch noch rendern und alles Pipa-Pumpen. Alter, ich will das mitnehmen. Ich will das mitnehmen. Nein, du solltest dich da rüber lenken. Oh, doch. Und, ähm... Oh, hallo. Ah. Ich war fast schneller. Du warst nicht schneller, du hast nicht schneller als ich gerollt, aber... Ich hab dich schneller gemestert. Okay. Mach mir noch die 25 Minuten zu Ende. Nee, nee, ich glaub nicht. Ich glaub, ich weiß nur, 40 Minuten eine Runde. Wir wissen. Das heißt, wir spielen jetzt schon... 15. 15. Boah, du kannst rechnen, Alter, du bist ein guter Junge. Nein. Nicht gut. Schade. Du weißt nicht, wo ich bin. Doch, ich weiß alles. Ich bin Batman. Er weiß es. Er weiß es. Wieso schießt du besser? Hast du auf meinen Kopf gezielt? Das sagst du nicht. Sag mal, lebst du noch? Klar. Na, 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 na. Alter, die Granat. So, ich bin... Na los, guck durchs Fenster. Durch welches Fenster? Rechts von dir. Rechts durch den Eingang. Rechts? So? 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 Nein. Nee, nee, nee. Ich bin da nicht mehr. Ich weiß, ich sehste doch. Und du bist nicht mehr Batman? Nein. Weil diese Skins gab's nur zu Halloween. Und deshalb bin ich wieder der Standard-Nigger. Also, ich möchte jetzt nichts gegen die Schwarzen da draußen sagen, die uns vielleicht so gucken, aber... Fang. Was denn? Oh, dank. Ich hab den Ball zugeworfen. Ich hab gedacht, wir spielen Fußball oder sowas. Äh. Dachtest du etwa, wir wären hier bei Pokémon oder was? Ja, ich hab gedacht, da kommt irgendwas raus. Hab ich dich grad getötet? Wo bist du? Alter, ich kämpfe immer noch bei... bei den Spawnern an der gleichen Stelle. Und du findest mich nicht. Ja, und ich kennst dein Spawnern an einem an der gleichen Stelle und du findest mich nicht. Ja. Nein, nicht gut. Oh, bei... Wo kannst du deine Granate? Ah, die war nicht gut. Fuck. Okay, das war noch schlechter. Oh, scheiße. Puh, das war... Also, wärst du ein bisschen das zu mir hingekommen, hätt ich dich noch gemassert. Puh, das war knapp, das war sehr knapp. Wo war das Beste? Ich warte auf dich immer noch da, wo du grad gestorben bist. Okay, ich werd' dich jetzt absnipern. Ist, ist, ist auch für dich okay. Klar, hast gehört. Immer wo ich gestorben bin, ich hab' dich doch gezählt. Nein, hast du nicht. Du kannst mir nix vorspielen, ich bin deine Mutter. Weißt du, dass du jetzt da langgegangen bist oder auch nicht. Ja, nimm mal wieder diese schöne Waffe hier. Ey, ey, ey. Uncool. Von wo? Ich weiß nicht, von wo du mich abgeknallt hast. Äh, das ist gut. Ich bin da, wo du nicht bist. Wie oft ich dich ja gerade in deinen Kopf eingeballert hab. Leider ohne Erfolg. Oh, eine Besucher. Okay, dann versuch mich jetzt mal auf dem Dach abzuschießen. Okay. Versuch Nummer 2. Ja. Ja, hallo. Versuch Nummer 2. Habe ich mir jetzt so gedacht, ne? Guter Wurf. Passt daneben. Abo. Ja, ich würd' sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Ich find das, war ein super Ende. Guck mal, fall da runter. Tschö. Warte mal, ich, ich, ich muss ihn hauen. Bis dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.